Den David schafft am Recyclingzentrum zu Schöfling. All der kommen ein hundert Folleit mit dem Auto voller Schrott. Jena sind Kollegen, Regeln der Boutique. Sie passen ab, dass der Norm nur recycelt wird. Le Plastik, le Settel, le Metalle, le Quarton, le Quarton, le Papier, le Bois, le Bois, le Bois, le Bois. Ab diesem Lütze bei einem Mikrokosmos kommen die verschiedenen Personagen zu sehen. Konfrontationen sind nicht ausgeschlossen. Ich habe den Mund schon nicht mehr gebraucht, damit ich nicht mehr mache. Ich meine, ich habe den Mund nicht mehr gefordert, dann würde ich sie schön verstehen. Raug Weissgrohe, ohne Kommentar, ohne Filter. Besonders von Hover 7 nun, Heuer Bertheer.